Ich habe Ibrahim Kuala in der letzten Zeit begleitet und merke zunehmend seine Ungeduld. Mangelnde Sprachkenntnisse und Streit im Heim sorgen nicht dafür, dass er gute Laune hat. Aber zum Ende des Jahres hatte er eine schöne Begegnung. Er hat seinen Bruder nach vier Monaten wieder getroffen. Sein Bruder wohnt eine Stunde von Berlin ungefähr entfernt. Sie haben zusammen Silvester gefeiert und haben die Familie angerufen. Und jetzt ist sein größter Wunsch, mit seinem Bruder in Berlin in eine Wohnung zu ziehen. Dafür braucht er aber bessere Deutschkenntnisse, damit er sich dadurch diesen ganzen Papierkram wühlen kann. Und das ist jetzt sein Ziel, perfektes Deutsch zu lernen oder so gutes Deutsch zu lernen, dass er das auf jeden Fall alles blickt. Wir hatten in der Zwischenzeit auch geschrieben, da hat das überraschenderweise gut geklappt. Da haben wir uns gut verstanden. Aber dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns leider gar nicht mehr verstanden und brauchten jetzt doch wieder eine Übersetzerin, weil das dann leider doch schwieriger war als gedacht mit der Sprache. Aber er ist auf einem guten Weg. Er hat jetzt seinen A1-Kurs gemacht und so soll es jetzt auf jeden Fall bei ihm weitergehen. Das ist eine A2-Kurs gemacht und so soll es jetzt sein. Untertitelung des ZDF, 2020